Siebtes Kapitel Martin saß auf der Treppe und wartete nun schon fast eine Stunde. Unmut breitete sich in ihm aus. Was fiel dieser Frau ein? Sie dachte wohl, sie konnte alles mit ihm machen. Eigentlich hatte er an seinem neuen Bild weitermalen wollen. Wenn er es bis zum angegebenen Termin nicht fertig hatte, würde Valerie ihm die Frist aufschieben müssen. Und mindestens dieses Privileg war sie ihm schuldig, wenn sie ihn auch sonst nicht den anderen Studenten vorzog. Wer war sie überhaupt? Dass er sprang, sobald sie auch nur einen Finger bewegte. Genervt fasste er seine Haare im Nacken zusammen und betrachtete die trockenen Spitzen. Eigentlich sollte er sie mal wieder schneiden lassen. Er achtete auf sein Aussehen. Doch Valerie hatte ihm verboten, seine Haare anzurühren. Die Haare eines Mannes müssen eine natürliche Form haben, wenn sie lang sind. Wenn du sie gerade schneidest, kann ich dich nicht mehr gebrauchen, hatte sie ihm einmal unmissverständlich zu verstehen gegeben. Er hatte sich immer an ihre Tipps und Vorgaben gehalten, denn er verdiente gutes Geld bei ihr. Nicht, dass er es wirklich brauchte. Er bekam genug von seinen Eltern. Doch über das Geld, was er von Valerie bekam, musste er ihnen keine Rechenschaft ablegen. Er kramte eine Schachtel Zigaretten aus seiner Tasche und zündete sich eine an. Zehn Minuten würde er noch warten. Dann konnte ihn Valerie mal, Professor, hin oder her. Ungeduldig wippte er mit dem Fuß und lauschte auf die Motorengeräusche von der Straße. Als er das unverkennbar tiefe Brummen ihres Geländewagens hörte, breitete sich ein erwartungsvolles Kribbeln in ihm aus. Von Anfang an hat er es in sich aufsteigen gespürt, wenn Valerie in seiner Nähe war. Mittlerweile brauchte er nur an die Dinge zu denken, die sie tun konnte, und das Gefühl überflutete ihn augenblicklich wie eine warme Dusche. Genau aus diesem Grund war er hier. Er mochte diese Frau nicht wirklich, aber sie hatte eine Macht über ihn, der er sich nicht entziehen konnte. Valerie kam den Weg an der Garage entlang. Erwartungsvoll, ohne es bewusst wahrzunehmen, stand Martin auf und ging ihr einige Schritte entgegen. »Hallo, Martin«, sagte sie und öffnete die schwere Metalltür ihres Bungalows. Sie trat ohne eine Erklärung, warum sie ihn so lange hatte warten lassen, ein und warf im Weitergehen ihren Mantel über einen Sessel. Ernüchter trat Martin hinter ihr in das offene, ebenerdige Haus. Von der Diele aus konnte man in das Wohnzimmer, die Küche und ins Atelier sehen. Nur wenige Trennwände, an denen großformatige Fotos hingen, versperrten die Sicht zu ihren privaten Räumen. Doch auch diese kannte er. Das schwarzglänzend gefließte Bad hatte er schon bei seinem ersten Besuch kennengelernt. Das kühle, weiße Schlafzimmer mit dem riesigen, schmiedeeisernen Bett erst nach einer Woche. Und genau in dieses Zimmer zog es ihn. Doch vorher würde Valerie sicher mit ihm arbeiten wollen. Er legte seine Jacke ab und ging zur Bar. »Wie immer«, rief er. »Ja, bitte«, erklang die Antwort aus dem fensterlosen Ankleidezimmer. Martin mixte den John Collins mit routinierter Sicherheit. Sich selbst goss er einen Whisky ein und ließ zwei Eiswürfel hineinfallen. Mit den Gläsern ging er ins Atelier und stellte sie auf dem kleinen Tisch neben der Couch ab. Dann zog er die dichten Vorhänge vor der großen Glasfront zu. Valerie belächelte ihn jedes Mal, wenn er das tat. Draußen war es schon dunkel. Und das wenige Licht, das durch die Fenster hereinfiel, würde die Aufnahmen nicht stören. Doch ihn machten die Fenster nervös. Er fühlte sich beobachtet. Auch wenn er tausendmal wusste, dass sich dahinter nur ein riesiger japanischer Garten befand, der von einer hohen Mauer umgeben war. »Zieh dich schon mal aus«, hörte er Valeries Stimme. »Wir fangen gleich mit ein paar Halbakten an.« Während er das Hemd aufknöpfte, bemerkte er eine abgedeckte Staffelei. Valeries arbeitete immer an verschiedenen Dingen gleichzeitig. Dafür bewunderte er sie. Es war ihm rätselhaft, wo diese Frau die Energie und Zeit hernahm. Sie schien nie zu schlafen. Neugierig lüftete er das Tuch und sah erstaunt auf ein angefangenes Porträt. Die grünbraunen Augen, die ihn aus dem jugendlichen Gesicht ansahen, kamen ihm unheimlich bekannt vor. Und während er noch grübelte, stieg langsam Erkennen in ihm hoch. Das konnte nicht sein. Diesen Jungen hatte sie doch erst gestern kennengelernt. Er war das Nacktmodell, das so schnell davon gerannt war. Wie kam es, dass Valeries schon ein Bild von ihm angefertigt hatte und dann auch noch so ein Originalgetreues? Zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit verspürte er diesen bisher unbekannten Stich von Eifersucht in seinem Inneren. Ein Glas klirrte hinter ihm. »Bist du soweit?« Valeries stand in einem grünen Seidenkimono da und sah ihm mit einer hochgezogenen Augenbraue entgegen. »Was willst du denn mit dem?« entfuhr es Martin. Valeries sah ihn kühl an und ignorierte seine Frage einfach. »Ach! Dein Hemd!« Mit einer Hand wies sie auf ihn. »Ich dachte, du wärst bereit. Ich hab nicht ewig Zeit für dich.« Verärgert zog Martin das Tuch über das Bild. Dass Valeries ihm eine Antwort schuldig blieb, war er gewohnt. Trotzdem wühlte dieses unangenehme Gefühl in ihm weiter. Valeries eiskraue Augen beobachteten jede seiner Bewegungen. Als er sich das Hemd abstreifte. »Was würdest du davon halten, dich nochmal tätowieren zu lassen?« »Nochmal?« entfuhr es Martin. Seinen rechten Oberkörper zierte schon ein filigranen, geschlungenes Muster, das sich bis über die Schulter zog. »Wieso? War es zu schmerzhaft?« Valeries sah ihn immer noch kühl und abschätzend an. »Es ging.« »Ich mein, äh, nein.« »Gefällt es dir nicht mehr?« »Doch, doch.« »Und wirklich.« »Die dunklen Linien auf seiner Haut vereinten sich auf fast magische Weise mit den langen Strähnen seines schwarzen Haars.« »Ich werde es natürlich bezahlen.« »Das ist es nicht,« zögerte Martin. »Fein«, und er brach ihn Valeries. »Ich dachte da an ein Muster, das über den Rücken, die Brust, bis zu deinem anderen Oberarm wächst. Ich hab da ein Bild vor Augen, einen von dirnden Ranken überzogenen männlichen Körper perfekt in Szene gesetzt. Mein nächstes Meisterwerk. Keine Angst. Ihre Fingerspitzen klitten über seinen Oberkörper und die winzigen Muskeln unter seiner Haut zogen sich zusammen, bis jedes einzelne Härchen aufrecht stand. »Ich pass auf, dass du weiterhin kurzärmlich tragen kannst.« Wie zufällig öffnete sich der Gürtel ihres Kimonos. Der grüne Stoff fiel leicht auseinander und entblößte ihre kleinen Brüste. Sie lächelte kalt, als sie Martins starren Blick wahrnahm. »Du wärst dann einzigartig, weißt du. Ein Original-Yogan, komm.« Leise lachend zog sie ihn zu der schwarzen Fotoleinwand. »Lass mich ein letztes Mal deinen makellösen Körper fotografieren, bevor ich ihm meinen unverwechselbaren Stempel aufdrücke.« »Deinen Stempel trage ich doch schon,« entgegnete Martin. Ein harter Ton schwang in seinen Worten. Man kann ihn nur nicht sehen. »Ja, das kann schon sein,« sagte sie leicht hin. »Fast liebevoll«, strich sie ihm das Haar zurück. Doch die nächste Handlung setzte die erste sofort wieder herab. Ihre Hände rückten zielstrebig und routiniert das Material für ihre Arbeit zurecht. Und das Material war gerade dieser schwarzhaarige Mann mit der auffällig blassen Haut. »Vollblutkünstler können vor keinem Objekt, das ihnen gefällt, Halt machen.« Sie streckte ihre Hand aus und griff nach der Kamera. »Bleib.« »Genau so.« »Ja.« »Behalte auch diesen verletzten Gesichtsausdruck.« »Sehr schön,« sagte sie, während das Blitzlicht aufflammte.